Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Heute sind die Ziele, ähm, ja, wir können wieder mal nur das erste Ziel irgendwie erfüllen, ja. Auf jeden Fall bringe ich jetzt erstmal alles rein. Wir sind wieder bei einem Willow Street House, ist es glaube ich, oder? Ja, genau. Da ist der Stromgenerator oben im Garage, in der Garage. Äh, nur damit ihr wisst, welches Haus hier. Okay, wieder mal auf jeden Fall bringe ich jetzt erstmal alles rein. Wir sehen uns, wenn ich alles, äh, drin habe. Okay Leute, jetzt ist alles drin. Wir gehen jetzt wieder mal, wie eigentlich immer, hier durchs Haus mit unserem EMF-Reader. Machen die nochmal kurz den Stromgenerator an. Ah, da hinten brennt schon Licht. Wir machen hier auch noch kurz Licht. Ähm, hier brennt schon Licht. Das heißt, wir haben schon mal einen Verdachtsraum. Wenn man das so nennen kann. Wieder mal, äh, keine Temperatur. Hä, warte mal. Ah, Gefriert Temperaturen, ja. Okay, ich musste das kurz checken, weil irgendwie war ich ein bisschen verwirrt. Okay, Gefriert Temperaturen haben wir auf jeden Fall schon. Perfekt. Das heißt ja, es ist dieser Raum hier. Alles klar, ey. Oder ist es dieser Raum hier? Nee, nee, es muss ja eigentlich dieser Raum hier sein. Ich meine, hier waren ja, äh, hier war ja. Alter, hier ist, mein Gott, ich kann nicht mal reden. Also, es ist so schlimm wie in letzter Zeit. Ähm, hier sind Gefriert Temperaturen. Äh, genau, eben wie gesagt, hier sind Gefriert Temperaturen. Wir machen hier noch kurz das Wasser raus. Das heißt ja, der Geist müsste eigentlich hier in diesem Raum chillen. Oder weniger. Er macht auch die ganze Zeit das Licht wieder so ein bisschen aus. Äh, nee, Türen auf, meine. Okay, ich würde sagen, wir stellen die Kamera dann direkt hier auf. Dann hätten wir, äh, warte mal, so. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Kamera nehmen wir noch mit. Okay, hier ist die Tür aufgegangen. Ist hier irgendwas? Oh, Norwegian Board. Ja, toll. Okay, dann, ähm, guck ich jetzt mal und frag mal, where... Also, ich muss ja gar nicht englisch schrien, lol. Wo bist du? Okay. Okay, ich hab gefragt, wo er ist. Er hat geschrieben, hallway. Also, hier, dieser Gang hier. Das heißt, er war nicht mal so schlecht. Oh, nee, jetzt ist hier die Tür offen. Jetzt kam es aus dem Keller, das Monster. Okay, vielleicht wird es sich noch zum Killermonster mutieren. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Fingerabdrücke sehe ich keine. Da hinten war ja das Ouija Board. Das ist so creepy, wenn das so rumfällt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Scheint er aber da drüben dann zu sein. Ja, hier sind auch keine Fingerabdrücke. Also, ich meine, er hat es mir ja sogar geschrieben, ne? Per WhatsApp. Nein, ähm, wir sollten hier ein bisschen seriös bleiben. Wir sind ja schließlich... ...geisterjäger. Ja, auf jeden Fall sollte er hier im hallway sein. Äh, ich versuche mal mit ihm zu sprechen. Hallo? Wer bist du? Okay, er hat nicht mit mir gesprochen. Bisher haben wir auch nur irgendwie friertemperaturen. Äh, Beweis. Genau. Mehr können wir in dem Moment gerade noch nicht machen. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal raus und gucke mal. Äh, erst mal das Licht ausmachen. Dann gucken wir mal kurz wegen dem Geisterorb. Vielleicht sehen wir eins. Ja, da ist auch schon ein Geisterorb. Seht ihr es da rumfliegen? Okay, das ging schnell. Okay, Geisterorb. Ich dachte immer, Geisterorb sei das, einfach, dass man den Geist sieht. You know? Also, manchmal gibt es ja Geister, die man gar nicht richtig sehen kann. Da dachte ich, ja, das sind hier... Also, ja, das sind halt keine Geisterorbs. Ne, das wären halt Geisterorbs dann. Naja, wie der war auch sein. Auf jeden Fall könnte es noch ein Phantom, ein Mare, ein Yuray sein. Was? Also, eben auf Ausschlag hatten wir noch gar nichts. Vielleicht ist es das Buch. Seht man das von ihm? Ne, schade. Knapp nicht. Geredet hatte ich ja eigentlich auch nicht mit uns, aber es könnte sein, da das Ouija-Warrior da war. Da hat er so Kontakt zu uns aufgenommen. Maybe könnte das auch Sprachbox sein. Auf jeden Fall werden wir jetzt erst mal, ähm, werde ich das jetzt erst mal auch noch kurz fotografieren. Ne, er hat auch noch nicht ins Buch geschrieben, okay. Dann gehe ich danach noch mal kurz gucken, wegen Fingerabdrücke, da drüben ist es schon wieder öffnen, Alter. Hier brennt auch überall Licht. Richtig, ich habe doch das hier ausgemacht, hier drin. Okay, genau. So, Ouija-Warrior kurz fotografieren. Ja, okay, das hat jetzt hier zwei Sterne gegeben, wieso auch immer. Naja, immerhin besser als gar keine. Okay, dann gehe ich jetzt noch mal mit kurz mit, äh, wo ist die, ach hier. Genau, dann gehe ich jetzt mal noch kurz mit dem UV-Licht hier durch und checke mal kurz, ob ich irgendwo Fingerabdrücke finde. Also, es ist so weird, wieso, das Licht ist hier so blau, so komisch blau. Oh, Leute, sieht das aus? Finde ich so creepy. Okay, rein theoretisch könnte man noch in den Keller, um zu gucken, ob wir vielleicht einen Knochen finden. Also, ob Höhe? Ich habe... Okay, leider habe ich einen... Ich habe mich aber nicht mehr erwischt. Wir gehen in den Keller, dann sind wir safe. Nein, wir gehen jetzt kurz hier runter und gucken, ob wir vielleicht einen Knochen finden. Denn dann könnten wir den... Ja, tatsächlich. Nein. Geh, genau, weil dann könnten wir den mitnehmen, das gibt dann auch noch Geld. Falls wir es mal rausschaffen hier. Geschade, dass wir dieses Einfoto ein bisschen verschwendet haben. Aber was könnte es denn noch sein? Ich bin... 4 E-M-F, Stufe 4 Ach, komm, hör auf, okay. Jetzt hat es wirklich aufgehört. Ja, wie liegt das einfach wieder in die Mitte des Raumes, ich meine? Ja, gut. Was sollen wir sonst machen? Ich versuche mal kurz mit ihm zu sprechen. Wenn er keinen Antwort gibt, schneide ich euch das einfach raus. Ja, komm. Wieso finden die mich denn hinzeln? Was soll das? Also, auf jeden Fall nicht mehr gesprochen. Wir haben aber... Ich würde sagen, EMF, dann ist es ein Phantom. Wenn ich mir fast sehe... Stimmt, weil... Als ich es fotografiert habe, ist es verschwunden. Klar, es ist ein Phantom. Und? Es war ein Phantom, let's go. Okay, wir haben für die Fotos gar nichts bekommen. What? Alles klar, Digga. Okay, leider nur 10 Dollar bekommen. Trotzdem guten Schwierigkeitslevel. Ich verstehe es nicht. Ja, Leute, also... Also, wirklich. Und... Ja, also... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das war's für diese Folge von Phobia. Bevor jetzt aber die Ammoderation so richtig kommt, beziehungsweise bevor das Video fertig ist, möchte ich nochmal ganz kurz Danke sagen. Und so habe ich... Also, ich weiß, dass es jetzt vorproduziert. Das Video hier kommt sehr viel später, nachdem das eigentliche Ereignis war. Und zwar... Also, damit ihr wisst, wann ich das aufnehme. Gestern war die EM. Also, das EM-Finale. Nur damit ihr das ungefähr bestreitet wisst. Beziehungsweise heute ist der 12. Juli. Juli oder Juni? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, Juli. Ne... Doch, Juli. Naja, wieder auf jeden Fall. Warte, ich kann eigentlich kurz nachgucken. Auf meinem PC bei der Nummer. Es ist... Juli. Nein, ich war richtig. Okay. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ist jetzt... Juli. Ähm... 12. Juli. Und ich habe in den letzten zwei Tagen einfach zwei Abonnenten gewonnen. Das ist eigentlich voll krass, Junge. Einfach an jedem Tag ein Abonnent. Naja, Video auch. Auf jeden Fall. Danke an die, die es gemacht haben. Macht euch doch mal bemerkbar in den Kommentaren. Wer nicht auf jeden Fall ist. Naja, Video auch sei auf jeden Fall. Müsst ihr nicht. Aber wer da ist, auf jeden Fall warst. Das ist mir diese Folge von Robia. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abonnent. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.